Ja, wollen wir doch mal schauen, was Trade Republic hier so zu bieten hat, wie das mit der Depot- oder Kontoeröffnung funktioniert. Ich weiß es wirklich überhaupt selbst gar nicht. Im Moment locken die ja mit den 2% auf dem Tagesgeldkonto natürlich viele, viele neue Kunden an. Und ich dachte mir, ich schaue es mir mal etwas genauer an. Und ja, ich bin Honorarberater, ich bin unabhängig und damit eins klar ist, hier bei mir gibt es keine Affiliate-Links. Ich will definitiv nichts verdienen mit einer Vermittlung an Trade Republic. Und gar kein Fall, wenn das so wäre, müsstet ihr gar nicht weiterschauen, weil dann wäre ja das, was ich sage, überhaupt nicht mehr objektiv. Ich gehe völlig neutral und unbeeinflusst an die Sache ran. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, wie das funktioniert jetzt gleich, bleibt dran und investiert in Wissen. So, ja, einfach investieren. Das ist ja immer schön. Hier gibt es also 2%. Und gibt es sich noch auch 50 Euro noch als Aktie noch mit dazu. Okay, warte mal hin. Jetzt Depot eröffnen. Wie lautet meine Mobilfunknummer? So, da ist sie schon. Legge deine PIN fest. Geht schnell. E-Mail wollte er natürlich auch noch haben, ist klar. Wo wurdest du geboren? In der schönen Pfalz, ihr Lieben. Deutsch. Steuerpflichtig. Keine US-Person, natürlich nicht. Stimmt. Gut, ich muss jetzt mal kurz die Kamera hier ausschalten, um das hier hinzubekommen. So, jetzt läuft ganz normal das Video-Ident-Verfahren. Ich warte jetzt hier eben, bis sich jemand meldet. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern. Das ist soweit auch normal. In dem Fall, dass sie wahrscheinlich derzeit recht viel Nachfrage haben. So, Lolle, ja, das hat ganz gut geklappt, muss man wirklich sagen. Ich muss natürlich jetzt alle möglichen Bewegungen mit dem Ausweis da vor der Kamera machen, damit die eben auch prüfen, dass der Ausweis echt ist. Und hier so vom Gesicht hier rumfummeln, dass auch keiner mit einer Maske sitzt oder so. Es ist, ich finde, immer noch nicht zu 100% ausgereift. Da sitzt immer noch ein Mensch, der sich mit dem Ganzen beschäftigen muss, den ganzen Tag nichts anderes macht, wie diese Legitimationsarbeit. Ist ja nicht wirklich ein toller Job, aber naja, es geht wohl nicht anders. Noch ein Schritt zum deinem Depot, los geht's. Kenntnis und Erfahrung. Ja gut, das ist natürlich immer auch wichtig festzustellen. Ist das jetzt ein kompletter Laie oder ein echter Experte, so wie ich natürlich. Nee, aber das ist, ähm, ja, ist am Ende halt auch nur ein Klick, ne. Also überprüfen kann es ja auch keiner. Ja gut, Transaktionen, ist das jetzt hier pro Jahr oder was? Mehr, die du, in der du mehr als zwei Jahre Erfahrung hast. Bei Aktien ja auf jeden Fall, ne. ETFs, Derivate, habe ich auch Erfahrung. Aber wie gesagt, das könnte auch jeder jetzt anklicken, weil er sich für einen Experten hält. Ja, Vertragsunterlagen. Treuhand Sammelkonto, was soll denn das sein? Solaris Bank, weil die Trade Republic natürlich keine Bank ist. Und die Einlagensicherung ist halt dann aber trotzdem Deutschland. Sollte da auch irgendwo stehen. Unsere Partnerbank, Citibank Europe. Irische Einlagensicherung, oha. Das ist schon auf jeden Fall eine Information wert, ne. Die ich auch leider jetzt erst bekomme. So, dass das Ganze für mich schon mal problematisch ist, ne. Also ich würde nach Irland kein Geld schicken. Definitiv nein. Aber ich weiß es zumindest jetzt, ne. Kundenvereinbarung, schaut man sich am besten auch nochmal genauer an. Ja. Schlanke 55 Seiten. Gucke ich mir definitiv alles noch genau an. Gut, Preis- und Leistungsverzeichnis. Auch das ist wichtig, ne. Die sind ja da aber relativ günstig aufgestellt. Das ist keine Frage. Ja, die Datenschutzinformation ist bestimmt auch nochmal spannend, ne. Ja, es sind neun Seiten. Aber auch da würde ich gerne mal noch genauer reinschauen. Was ist denn mit der Gratis-Aktien? Ja, die nehmen wir natürlich gerne mit. Ach, zufällig ausgewählte Aktien auch noch. Okay, also die erste Erkenntnis, die jetzt für mich überraschend ist, dass ich ja letztlich mein Geld nicht in Deutschland anlege. Irrige Einlagensicherung. Okay, alles klar. Und was in den anderen Unterlagen steht, da kommen wir noch dazu. Ja, mal noch eine kleine Ergänzung in Sachen Support bei Trade Republic. Also ich habe jetzt hier die mal angeschrieben auf Twitter. Allerdings bin ja da nicht in der Rolle eines Kunden, sondern einfach nur als einer Person auf Twitter. Kann man die ja anschreiben. Und ich bin der Meinung, wenn man sich da eröffnet und auch diese Anfragen irgendwo akzeptiert, sollte man auch reagieren. Vielleicht ist das nur meine Meinung, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich am Mittwoch die schon angeschrieben. Heute ist Samstag. Und wollte einfach mal wissen, weil es gab da so eine Aussage, dass die auf ein Konto zugreifen per PSD 2. Das scheint aber nicht so zu sein. Also ich selber habe das jetzt ja auch überprüft. Das ist nicht passiert. Von daher ist die Frage eigentlich beantwortet. Mir geht es mal darum, der Antwort wäre halt schön. Und ich glaube, die orientieren sich so ein bisschen an den Big Tags wie Facebook zum Beispiel oder auch andere Plattformen. Twitter ist ja auch nicht so kommunikativ. Ja, und sagen einfach, die können uns ruhig anschreiben, aber wir reagieren einfach nicht. Dafür sind wir ja viel zu besonders, viel zu speziell, viel zu cool vielleicht auch. Wir reagieren auf keine Anfragen. Das finde ich aber ziemlich schlecht. Jetzt habe ich aber noch eine Sache gemacht. Und ich habe dir jetzt als Kunde noch angeschrieben. Und zwar will ich wissen, wo mein Geld landet, wenn ich es dort anlegen will, auf dem Tagesgeldkonto, in Deutschland oder Irland. Warte mal ab, wann die Antwort kommt. Und habe zudem jetzt auch noch ein öffentliches Posting bei Twitter gemacht. So, ja, hier ist mein öffentliches Posting auf Twitter. Ja, ich habe jetzt geschrieben, das kann jetzt jeder hier lesen, wo landet eigentlich die Tagesgeldeinlage bei Trade Republic? Deutschland oder Irland? Bin mal gespannt, ob ich da vielleicht von jemandem, der sich da auskennt, vielleicht eine Antwort bekomme. Vielleicht sogar von Trade Republic. Ich habe es ja hier markiert. Das heißt, die kriegen das mit, dass ich da jetzt was gepostet habe. Und vielleicht schreiben sie ja auch selbst was. Mal sehen. Ich kann es ja noch nachreichen. Ja, nach der gemachten Erfahrung der Depoteröffnung muss ich noch so ein paar Dinge jetzt mal loswerden. Also zum einen hat das Ganze jetzt tatsächlich technisch ganz gut funktioniert. Es hat also reibungslos geklappt. Auch das Legitimieren da mit diesem, ist ja so praktisch so ein Dritter im Bunde, wo dann eben diese Legitimierung durchführt für Trade Republic. Am Ende habe ich aber ein paar Erkenntnisse gehabt, die ich jetzt tatsächlich vorher noch nicht hatte, weil ich auch nicht so intensiv jetzt recherchiert habe. Ich habe das Ganze einfach mal als Experiment gestartet. Aber was ich jetzt gelernt habe im Zuge der Kontoeröffnung, ist zum einen, dass ja, ich meine, das wusste ich vorher schon, dass Trade Republic ja eigentlich nur eine Fassade ist. Also hintendran ist die Bank und vorne Trade Republic ist letztlich die Fassade. Also die bilden eben die Marke ab. Die stellen sich nach außen dar. Die haben dann eben auch das Preisverzeichnis, dass sie eben kommunizieren. Aber am Ende, die Dienstleistung, die angeboten wird, läuft über Drittbanken ab. Und zwar ist es jetzt hier in dem Moment, wird ja hier auch genannt. Insbesondere bei dieser Sache mit dem Tagesgeldkonto nutzt man Treuhand-Sammelkonten bei anderen Banken. Ja, das ist zum Beispiel die Solaris Bank, die hat die deutsche Einlagensicherung. Und auch die Deutsche Bank hat die deutsche Einlagensicherung. Aber es ist eben auch die Citibank Europe mit im Spiel. Und da haben wir die irische Einlagensicherung. Und ich weiß tatsächlich im Moment, Stand jetzt nicht, wo mein Geld landet, wenn ich jetzt hier beispielsweise 50.000 aufs Tagesgeldkonto lege, wäre mir persönlich total wichtig, dass das in deutscher Einlagensicherung irgendwo angelegt wird und eben nicht in irischer Einlagensicherung. Weil wenn die Citibank kippt, ja, und das Ganze irgendwo zum Problem wird, muss ich dann letztlich gucken, dass ich in Irland mein Geld zurückbekomme. Und das wäre mir dann tatsächlich weniger recht. Das zweite Learning, das ich habe, es ist ja auch noch so, nicht nur, dass diese 2% als Lockzins im Moment genutzt werden, es ist ja auch noch so, dass eine Gratis-Aktie versprochen wird. Und wenn es auch nur eins erscheint oder ein Sternchen, sollte man ja schon skeptisch werden. Und ich habe es auch jetzt begriffen, so ein bisschen was dahinter steckt. Am Ende ist es so, man muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, bevor man überhaupt hier irgendwas gratis bekommt. Also gratis ist sowieso gar nichts. Es wird immer irgendein Zweck verfolgt. Und der sieht folgendermaßen aus. Also 3.000 Euro müssen schon mal aufs Konto gestellt werden. Und dann trainieren die schon ihre Leute, ihre Kunden, so wie sie sein sollen. Die wollen ja keinen Buy-and-Hold-Anleger. Die wollen ja keinen, der ein ETF kauft und dann für 10, 15 Jahre stehen lässt. Was ja gar nicht so falsch wäre. Nee, die wollen ja Leute, die traden. Trade Republic, der Name sagt es doch schon. Das heißt, ich muss erst mal 5 Trades machen. 5 Trades. Das könnten jetzt auch 5 ETFs sein, die ich dann eben liegen lasse. Also wenn ich es wirklich ernst meine. Aber ich glaube eher, wenn jemand hier startet und dann eben diese Aktie will und dann mal anfängt mit 5 Trades in kurzer Zeit, dann hat der schon irgendwo, ja da wird der schon trainiert. Da hat der schon irgendwas vielleicht für sich verinnerlicht, dass er eben mehr handelt in Zukunft. Ja, das kann natürlich jeder auch selbst bestimmen. Jeder ist ja praktisch seines eigenen Glückes Schmied. Aber ich sehe schon die, das was der Trade Republic hier mitbezweckt, man soll eben ins Handeln kommen, ins Trading. Und dann bekommt man eben nicht nur eine Aktie seiner Wahl, sondern deine Gratisaktie wird nach Eingang deiner Zahlung gebucht. Deine Gratisaktie. Erhalte eine Gratis-Teilaktie. Also wie ich das gelesen habe, bekommt man irgendeine Aktie im Wert von, was war es, 50 Euro oder so. Und ja, wenn einem die nicht gefällt, kann man die halt vielleicht auch direkt wieder verkaufen. Ich meine, das müsste gehen. Wobei, schauen wir auch da mal genauer hin. So, bei der Gratisaktienpromotion werden dem Neukunden aus einem bestimmten Pool von Aktien zufällig ausgewählte Aktien und oder Aktienbruchteilen im Wert von 5 Euro bis 200 Euro. Wir hatten ja hier glaube ich 50 Euro bei der Neukundenaktion hier zugewiesen. Aufgrund des zeitlichen Unterschiedes zwischen den Zeitpunkten der Zuteilung und des Aktienkaufs kann der Wert des Aktienbruchteils in Ausnahmefällen außerhalb des angegebenen Wertebereichs liegen. Ja gut, ist etwas schwammig formuliert. Was bedeutet das jetzt? Außerhalb des Wertebereichs kann das plötzlich nur noch die Hälfte sein. Wahrscheinlich geht es hier um Kleinstbeträge. Dann haben die auch noch eine Gratis-Crypto-Promotion und dann hier nochmal die Aktions-Code-Promotion und Ja da haben wir doch schon was. Punkt 5 Nach Gutschrift der Prämie auf das Depot des Kunden ist Trade Republic berechtigt die Auszahlung des Äquivalents im Wert der Prämie auf das Referenzkonto des Kunden zu sperren. Also das klingt etwas kompliziert bedeutet aber wohl dass ich ganz einfach das Geld den Wert meiner Prämie also ich kann die Aktie nicht direkt verkaufen dann und dann den Gegenwert nehmen sondern hier ist Trade Republic berechtigt diese Auszahlung zu blocken Cash-Out-Blocker klingt das ganz modern von maximal 90 Tagen also drei Monate muss die Aktie dann irgendwo stehen und wenn das irgendeine Schrottaktie ist ist die vielleicht nach drei Monaten auch komplett wertlos also im schlimmsten Fall. Ja hinzu kommt ja auch die eingeschränkte Handelsmöglichkeit ich habe ja bei Trade Republic keine regulierten Börsen im Sinne von Xetra Börse Stuttgart Börse Frankfurt Börse München ich muss ja über digitale elektronische Börsen handeln und dann ist ja auch so dass der Broker Trade Republic ja über diese Abwicklungsbörsen ja auch Provisionen bekommt das heißt die profitieren eben davon wenn ich viel handel über die da bekommen die auch viel Provision denn eins ist ja klar die müssen sich ja irgendwie refinanzieren ist zwar ein schlanker Laden die haben natürlich keine Filialen und wenig Mitarbeiter das wird man übrigens auch bemerken wenn mal Support benötigt wird also wenn ein Problem ist und ihr da jemanden braucht relativ schnell der sich auch nur auskennen soll habe ich die Erwartung ganz ehrlich dass das wahrscheinlich nicht so so gut funktionieren wird also ist jetzt vielleicht etwas voreingenommen aber ich kann es mir gut vorstellen dass das schwierig wird insbesondere dann wenn vielleicht irgendwas passiert auf dem Markt wo viele reagieren und viele vielleicht Hilfe brauchen und ja irgendwas nicht funktioniert bei irgendeiner elektronischen Börse wo eben mehrere Leute betrifft und sich dann auch viele bei denen melden ist wahrscheinlich problematisch aber da auch nochmal fairerweise in vielen anderen Banken teilweise etablierten Banken ist das mit dem Support mit der Kundenhotline auch nicht so toll also mein Fazit ist eher durchwachsen das mit dem Tagesgeldkonto für 2% klingt verlockend aber man muss auch dazu sagen die könnten das ja jederzeit wieder kippen das heißt ich lege jetzt zum Beispiel Geld auf dieses Tagesgeldkonto und nach drei Wochen sagen die so die Aktion ist beendet unsere Tagesgeldkondition fällt auf 0,1% zurück theoretisch ist das möglich da gefällt mir jetzt zum Beispiel so ein Lockangebot von anderen Banken im Moment ist es die VW Bank und ING Diva die haben auch 2% und die sagen das zumindest für eine gewisse Zeit schon mal zu denn beim Tagesgeldkonto kann es eben auch jeden Tag sich ändern es sei denn die Bank sagt das gilt für 4 Monate für 6 Monate dann weiß ich ich habe in dem Zeitraum Anspruch auf diesen Zins und danach fällt der natürlich wieder runter auf eine Normalkondition von daher überlegt es euch wenn ihr sowieso bei denen ein Depot anlegen wolltet dann kann man vielleicht noch die 2% mitnehmen allerdings bin ich hier tatsächlich sehr verunsichert im Moment ich weiß nicht wo mein Geld am Ende landet das wird auch nirgendwo so wirklich kommuniziert beziehungsweise ich habe es nicht gefunden ich habe es nicht gesehen wäre mir aber sehr sehr wichtig von daher ich lege da kein Geld an das steht fest und ich werde das Ganze auch als Broker wahrscheinlich überhaupt nicht nutzen und das Depot dann eher wieder ja in Kürze auch wieder löschen ich верne das und ich das ich